Im Herzen des Negev, vor den Toren der Stadt Beersheva, lässt Jonathan Regev die Wüste erblühen. Seine Jojoba-Sträucher prägen das Bild der Landschaft. Das Geschäft mit dem wertvollen Öl läuft gut, die Felder gedeihen prächtig. Möglich machen das intelligente Bewässerungssysteme. Die Jojoba-Sträucher werden übertropft. Schläuche unter der Erde bewässert. Somit können auch schwere Traktoren auf den Feldern arbeiten, ohne das Bewässerungssystem zu beschädigen. Das spart bei der Ernte teure Arbeitskräfte. Ohne die Tröpfchenbewässerung sähe die Landschaft um Beersheva ganz anders aus. Über Tausende von Jahren haben Winde aus der Sahara den Negev austrocknen und seine Böden versalzen lassen. Erst durch gezielte Bewässerung wurde das Land fruchtbar. Du irrigierst und das Wüste des Wüste ist wie das. Das Wüste pustet das Salz mindestens einen Meter tief. Und um Vegetarien zu haben, um alle anderen Wüste zu haben, brauchen wir mindestens 50 Zentimeter. Jonathan Regev ist überzeugt, dass man mit Tröpfchenbewässerung überall erfolgreich Land bewirtschaften kann. Einzige Voraussetzung sei der Zugang zu Wasser. Still, every plant needs water. And when you give it the right amount of water and we search, we are collecting data every day about what is the right amount. We don't rest, we always collect data. So our jojoba, as you can see, is green, is nice, is very happy. And when the jojoba is happy, we are happy too. So our jojoba, as you can see, we are happy too.